So, Veko Tolle Lola. Ich weiß nicht, ob das die neue Version ist. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass die überhaupt noch produziert werden. Richtig geil. 16 Gramm pro Rakete und davon testen wir jetzt mal zwei Stück. Oh, ein Schitterfett. Ich glaube, das hat sich früher drauf. Oh, gut, dass es was geregnet hat. Und Nummer zwei. Oh, ne, ich gucke jetzt. Ich habe mega Standzeit. Kommt ja am Funker an. Aber die Togo-Salud-Rakete ist noch extremer. Die Togo-Salud-Rakete ist noch geiler, aber Tolle Lola richtig cool. Gut. whirl.